Hallo, ich bin Jonas Bildstein, ich bin 19 Jahre alt. Ich konnte bis jetzt alle meine 7 MMA-Kämpfe für mich entscheiden. Mein nächster Kampf ist auf der GMC 2 Fight Gala. Für die, die es noch nicht wissen, ich kämpfe gegen Matthias Schuck. Matthias Schuck ist ein Top-Athlet, ein super Mann. 5 Kämpfe, irgendwie ich, ungeschlagen in 1 an 5 Kämpfen. Kommt vom Ringen her. Für mich ist er der Mann, seitdem ich mich ein bisschen intensiver beschäftige, ist er für mich der Mann, gegen den ich kämpfen will. Der Mann, den ich mir als Ziel gesteckt habe. Der mich auch auf die Nummer 1 der Grand & Pound Liste gehört. Dementsprechend hart bin ich in der Vorbereitung. Dementsprechend bereite ich mich auf den Kampf auch vor. Ich werde alles daran setzen, einen guten Kampf zu liefern. Den Kampf siegreich zu beenden. Und ich hoffe, ich freue mich so, wie ihr es tut.